Da kann Unruhe sein, so viel wie will. Wir hier bei uns auf dem Trainingsplatz, die Mannschaft, das Trainerteam, das Funktionsteam, stört diese Unruhe nicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Und wenn man das Training sieht und wenn wir die Spiele gesehen haben, dann ist das bezeichnet dafür, dass uns das in keinster Weise stört. Wir nehmen das wahr, aber nehmen das nicht so wichtig. Das Einzige, was mich gestört hat, war das in die Welt gesetzte Ultimatum. Das gibt es nicht, das gab es nicht und das wird es auch nicht geben. Das steht ganz klar fest. Und da habe ich mich drüber aufgeredt, da habe ich mich drüber geärgert und nur dagegen habe ich mich gewehrt. Von denen, die verantwortlich sind im operativen Geschäft, hat das keiner gesagt. Wenn ich das wüsste, dann würde ich denen natürlich zur Rede stellen, das ist doch ganz klar. Aber die verstecken sich hinterm Gebüsch oder hinter schweren Mauern oder was weiß ich. Die haben nicht den Mut, mir das zu sagen. Wenn sie mich nicht ständig danach fragen würden, würde mir das am vorbeigehen.